Gut möglich, dass dieser Dodge das Auto ist, das zu Ihnen passt. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einer Automatik. In diesem Auto sind Sie vom Komfort umgeben. Es ist mit einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik ausgestattet. Sie sind immer sicher unterwegs, dank der Sicherheitsvorkehrungen wie eine Rückfahrkamera, Tagfahrlicht und Xenon-Scheinwerfer. Haben wir Sie neugierig gemacht? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017